Drachen sind echt. Könnte ich jetzt behaupten und würde vielleicht auch damit durchkommen. Denn diese drei Meter langen Kreaturen sehen exakt so aus. Drei Meter. Das ist so lang wie ein Kleinwagen. Der Komodowaran. Der Gigant hat eine gespaltene Zunge, die ihm ständig aus dem Maul flutscht. Damit kann er riechen. Stell dir das mal bei einem Date vor, das kann ganz schön schief gehen. Aber knutschen willst du sicher eh nicht mit einem Komodowaran. Der hat nämlich ein höllisch scharfes Gebiss und giftige Spucke. Ein Biss und das Opfer hat ein gewaltiges Problem. Wegrennen hilft auch nicht wirklich, denn der Drache kann sprinten. Und wie? Mit bis zu 20 kmh jagt er seine Beute. Zum Glück steht der Komodowaran aber nicht so sehr auf Menschen. Er jagt Hirsche, Wasserbüffel und manchmal unvorsichtige Vögel. Die erwachsenen Echsen haben keine Fressfeinde. Aber trotzdem ein Problem und das heißt Mensch. Es soll nur noch ein paar wenige tausend freilebende Tiere in Indonesien geben. Vor allem der Klimawandel setzt den Echsen zu. Ihr Lebensraum wird immer kleiner durch Trockenheit und menschliche Siedlung. Darum stehen sie auch auf der roten Liste der IUCN.